Ich hab was hier mit dem Wingsuit durch. Ach komm her. Ja da zu dem Schatz von dir. Wo bist du jetzt hin? Ja zu dem Schatz zu dir. Du hast doch markiert Schätzlein. Du hast doch markiert. Ich hab mir noch einen. Ja komm letzter Schatz und dann ist Feierabend. Dann machen wir die Word. Ist das da ein Gegner? Ja. So, Fallschirm. Was? Ich bin hinter dir einfach gespawnt, als du fast über dem Boden warst. Hier ist nur ne Kiste. Ich brauch ne Karre. Oh stimmt hier ist ne Kiste. Echt jetzt? Ich hol schon mal das Auto und du machst die Kiste. Ja das ist ja ganz hinten geparkt. Ich krieg ne Krise. Hängen sollte man dich dafür. Oh wunderschön. Wieder Supremo Kleber. Es gibt einfach keine Schießpulver aus den Kisten. Ist mir mal so aufgefallen. Geht aus dem Weg, Mann. Geht aus dem Weg, Mann. Geht aus dem Weg, Mann. Ach gut, du kommst, Mann. Alter. Ich bin aus Versehen auf meine Granate gekommen. Der haut die einfach vorne durch die Scheibe durch. Alter, los. Du Arsch. Was? Warum mein Huhn? Das hält dir da aus. Nein, du hast Pupup angefahren. Ah, der steht wo ganz woanders. Was hast du für mich denn? Alter, was? Der legt einfach rein. Moment, Moment. So, jetzt können wir weiter. Kleiner Otto. Moment. Moment. Ah, Scheiße. So, schade. Du bist falsch, wir müssen hier rein. Oh! Du bist 60. Nein, 180 Grad. Das ist die Küste. Stimmt. Hol sie dir. Ich wechsle so lange hier auf Haftminen, äh Bewegungsminen. Wahrscheinlich besser im Auto. Äh. Das ist okay. Oh, da ist sogar noch jemand zum Anquatschen. Ähm. Ich hab ein paar Infos für dich. Was ist das? Steht hier im Busch. Ich hab hier ein paar Infos für dich. Das ist nochmal ein Rätsel. Kommst du her? Wie? Alter! Was ist los? Komm her, das ist eine Rätselkiste. Eine Rätselkiste? Wir müssen die Dinger finden und nach dem Geräusch gehen, glaube ich. Was bist du denn? Hier oben auf dem Dach. Ja, ja. Da gibt's immer zwei Zeichen und dann müssen wir da lang gehen. Gehen wir jetzt beide zum selben? Keine Ahnung. Einen seh ich gar nicht. Hier lang geradeaus. Genau. Kann ich hier drin oder? Nee. Hier unten. Das kann's ja nicht sein. Ah, hier. Ah. Hier, 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 hier. Hä? Hä? Hier rüber. Nee, wir müssen nach hier gehen. Hast du was? Ja? Nee. Ich folge dir grad. Nee. Kann's ja auch nicht sein. Nein. Es gehtagon. Die Jara drin. Vielleicht hier? Jax, underworld! Nee du, hier ist alles glaube ich safe. Was ist denn hier mit der Kiste eigentlich? Wir sind zu blöd dafür. Hier ist eins. Hier ist jeweils das Zeichen. Achso, hier geht's auch rein glaube ich. Nee, geht's nicht. Warum sind wir denn zu blöd dafür? Aber ich bin ehrlich, da ist doch gar nichts. Aber wo kommt ihr denn her? Ich häng hier fest. Der ist gut, ja der ist gut. Alter, was zur Hölle? Wir wollen denn unseren Pfad suchen. Hä? Da drin ist aber auch nichts, glaube ich. Nee, da ist gar nichts drin. Aber hier ist doch das Symbol. Oh shit. Hier ist irgendwo irgendwer. Irgendwo, irgendwer, lalala. Und hier ist auch ziemlich viel Action los. Ein paar Annäherungsmini hinlegen, wa? So, Wander, einmal hier übers Haus. Und jetzt nach da. Und hier ist, äh, hier ist der doch. Jetzt hier übers Haus und hier ist das Schlüsselsymbol. So. Sehe ich nicht. Ey. Folge einfach den Pfeilen. Ja, aber. Oh. Wo ist denn dein Pfeil? Einfach den Pfeilen folgen. Dann mach ich das. So. Ah, wenn hier das Boot steht, müssen wir anscheinend doch da rüber. Wie? Ja, komm wir gehen mal da rüber. Der eine Pfeil, der führt ungefähr da hin. Nicht das hier was im Wasser ist. So, einfach den Pfeilen folgen. Schlauer Hund. Was? Schlauer Hund? Mein Hund markiert immer alles. Oh, da vielleicht? Ja, da ist tatsächlich was. Das sieht sehr gut aus. Ja, das sieht, das sieht, oh ja. Kannst du mir nicht erzählen? Glaube ich irgendwie auch nicht. Niemals. Normalerweise ist es immer in der Nähe. Ja. Also da geh ich wieder zurück, glaube ich. Oh, das ist halt im Wasser, ne? Hm. Es macht gerade so viel Spaß. Was? Ich will gar nicht in Würzchen machen. Hahaha. Ja. Ja. In den Tieren Wasser. Das hat aber ein scheißriges Wasser, ne? Ja. Nä. Nothing. Nothing else matter. Und noch mal runter. So, hier ist noch eine größere Fels-Scheiße. Nee. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Ich glaube, hier ist sauviel gerade. Ja, der eine zeigt meine Sachen nach hier hin, oder? Was ist denn hier los? Ja, globaler Gegnerversammlungspunkt. Folgt einfach den Pfeilen. Das sagt sie so einfach. Hier ist ja nichts, wenn wir den Pfeilen folgen. Was sind denn für Pfeile? Ich sehe nicht mal Pfeile. Du bist aber in der Kiste. Dann guckst du hier nach Pfeilen. Da ist jetzt ein Pfeil. So, und dem musst du folgen. Wo ist der andere Fall? Da drüben, irgendwo rechts von uns. Dem musst du folgen, aber... Ja, der zeigt hier auch das Haus. Ja, lass das in dem Fall hier machen. Aber hier ist doch nichts. Der zeigt hier auf das Haus. Das muss hier am Haus sein. Ist irgendwas drunter, was wir nicht sehen? Nee. Was entdeckt denn dein Hund eigentlich die ganze Zeit? Keine Ahnung. Der hat doch hier irgendwas. Achso, der entdeckt Gegner, kann das sein. Hier ist irgendwas, oder? Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Anhaltspunkt ist. Das Holz unter der Hütte kaputt schießen. Holz unter der Hütte kaputt schießen. Aber da kommst du nicht runter, oder? So, dass es kaputt geht, glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich habe da hier schon Kanaden hin platziert. Habe ich noch eine Kanate? Nee. Ich habe Dynamit. Achso. Das ist ja belastend. Aber ich bin aber auch der Meinung, dass wenn hier dieses Symbol ist, dass du dann auch da bist. Also ist doch hier der Schatz. Aber hier ist halt auch nichts. Kann man graben irgendwann in dem Spiel? Nee, ne? Nee. Ich dachte, er ist vielleicht hier unterm Steg, aber auch nicht. Oh. Oh, cool. Was? Wo ist denn noch was Blaues in der Nähe? Äh, was? Das Boot ist blau. Ich bin auch der Meinung, hier auf dem Boot ist ja eine Kiste drauf. Ah, warte mal. Ich glaube, der hat nämlich am Anfang aufs Boot gezeigt. Komm hier nicht drauf, alle. Warum kommt der nicht aufs Boot drauf? Komm hier nicht mal aufs Boot drauf. Das ist doch was, oder nicht? Das ist ja nicht normal hier. Ich glaube, das nimmt sogar Schaden, oder ist das das Boot? Das ist der Motor, achso. Als ob wir so lost sind, ganz ehrlich. Was war das? Hast du gerade was? Hallo? Nur der Kiste. Ich bin halt der Spur gefolgt. Komm mal in meine Richtung ungefähr. Ich weiß nicht, wo du bist. Siehst doch den Punkt. Ach, da hinten. Oh, doch so weit weg? Ich habe hier eine Kiste jetzt gefunden, aber keinen Zettel. Ich bin halt den blauen Sachen gefolgt. Achso. Die überall sind. Das geht doch weiter. Blau, 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 blau. Wie der Endzean. Nochmal das Zeichen. Ich glaube, wir müssen den blauen Dingern folgen. Ja, ja. Das ist klar. Aber so weit weg ist ja echt krass. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Dann müssen wir wahrscheinlich doch übers Wasser drüber. Da hinten geht es weiter. Die Kiste hier habe ich halt schon. Da ist wieder was blaues. Tatsächlich. Hier ist was blaues. Halt, blau. Danke für diesen Segen. Blut. Blut. Danke für diesen Segen. Er ist Koron. Koronis. Hey, Perdo. Komm, es geht schon. Hey, Perdo. Moin. Bin wieder weg. Ah, bei dem läuft zu komische Musik. Bin ich ehrlich. So, wo war das nächste blaue? Weiß nicht. Gehe jetzt hier nochmal. Oh, was haben wir jetzt? Warte. Hier. Hast du ja? Ach, da oben geht es weiter. Hier ist immer hergekommen. Ja, hier geht es weiter. Ah ja. Boah, das kann nicht. Nee, Moment mal. Die blauen Dinger, die wir folgen, sind die Markierungen von den Guerilla-Wegen. Wir gehen gerade einfach einen Guerilla-Weg lang. Das macht gar keinen Sinn. Aber da war trotzdem so ein Schatzzeichen bei dem einen. Echt? Ja. Ja, aber das ist ja ein Guerilla-Weg. Die werden ja so markiert. Und? Was hast du? Dani. Wir planen einen Hintern. Das macht gar keinen Sinn, dass wir jetzt den ganzen Guerilla-Weg langlaufen. Okay. Oh Gott, ziehen wir weiter. Oh Gott. Moment. Ich mache jetzt doch nochmal eine Weltreise. Wenn ich jetzt hier bin und da soll der sein. Scheiße, das wollte ich nicht. Der kann aber nicht so eine Markierung setzen. Ach ja, mit dem Handy. Ich habe das Spielkarte absolut nicht ohne Kontrolle. Ich habe jetzt mal einen Wegpunkt gesetzt. Vielleicht ist es ja da. Glückwunsch, Gandalf. Okay, ich habe den anderen Wegpunkt gesetzt. Von den anderen. Okay. Kommst du mit, oder? Ja, ich bin bei dem anderen. Okay. Obwohl doch, ich komme jetzt. Machen wir was zu machen. Kann doch nicht sein, dass wir aber... Wir sind viel zu weit links gewesen, Tata, ne? Mal davon abgesehen. Ja. Alter, wir waren ja... Ach du Scheiße. Hatte gar nichts damit zu tun, wo wir eigentlich hin müssen. Mein erstes Battle Royale diesen Monat. Oha. Oha, direkt auf dem Haus? Ja, ja. Stand auf den Pfeilen, hab geguckt, wo es hinführt. Es führt hier irgendwie auf das Haus. Ja, hier ist es. Oh, Träumchen. Wir machen uns das auch immer schwieriger, als es eigentlich ist. Ja, ja. Fabi schreibt tausendmal, folge den Pfeilen. Wir gehen irgendwie... Wir sagen so, na, irgendwo in der Richtung war das. Ja. Ja, dann können wir direkt zu dem nächsten fahren. Wo ist es auch auf der selben Seite? Wobei, es ist ja hier, ja. Hier 100 Meter kann man laufen. Weil wir halt eben nicht auf dem Chat hören, weißt du? Musst du dann halt fühlen. Ah, bestimmt die Hütte hier vor dir. Ja, ich höre es schon. Du hörst es? Ja, das war's. Ja, 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 ja. Verschlossen. Ist das hier nicht so ein Brett zum... Moment, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ist bestimmt oben offen. Nein. Gut. Ist verschlossen, damit können wir arbeiten irgendwie. Ich hab gerade... Hm. Na gut, ist verschlossen. Das kriegen wir aber hin. So, wenn ihr es nicht hier einfach einnahmen sammeln könnt. Ich hab keine Granaden. Man kann es einfach einsammeln. Echt? Nein. Ja, doch. Ich will das auch noch haben. Hast du jetzt das Plakat? Ja. Nein. Ich will es auch noch haben. Lol, tatsächlich. Ja, dann hol's dir. Mit Sprengstoff-Munition geht's. Siehst du, man braucht keine. Okay. Okay. Ach, du bist zurück. Wo war das? Äh... Ja, können wir hier rüberspringen. Warte. Ach so, wenn die Türen broke aussehen, dann kann man einfach durchspringen. Warte, du bist irgendwie in einem Lebenslangen schneller, ne? Wahnsinn. Gar keine Chance mehr, dahinter herzukommen. Schluss, ich muss meine Sprintausrüstung anziehen. Ich hab auch keine Sprintausrüstung. Echt nicht? Ne. Dann legt's einfach an den ihren Diensten, weißt du. Die Dienste sind schuld. Du wirst einfach viel schneller synchronisiert. Ja, eigentlich nie workt gerade, ne? Macht gerade so viel Spaß. Ja, endlich. Oh! MK2. Da muss ich erstmal nachgucken gehen. Arsenalo. Wollen wir weiter Schatzsuchen machen, oder was? Klappt gerade so gut. Ja. Das ist ein Hostnachteil. Was machen die? Die Verteidigung gegen Gift wird stark erhöht. Oh ja. Vor allem auch schon zwei Teile davon. Schuhwerk hab ich auch schon davon. Ja, nice. Gefällt mich. Alter, ich hab mittlerweile so viele neue Waffen einfach. Der Raketenwerfer, der war auch mal ziemlich wild. Ich glaub, ich zieh den mal kurz alternativ an als Zweitwaffe. Warten wir mal. Arsenalo. Vogeno. So. Der ist zwar noch kein bisschen gut, aber ne. Drei Schuss hab ich mit dem. Das ist ja witzig. Okay. Zum nächsten Schatz. Der ist ja direkt hier. Sehr gut. Das war ja kein richtiger Schatz. So gesehen. Also irgendwie schon, aber nicht spät. Ach so, Bullet Drop. Naja, okay. Schnucki, ist ein Pferd eingesperrt. Was? Das muss er aber verhindern. Beheben. Korrigieren. Du bist ja doch gerade hin. Du rennst ja immer vor. Ich muss ja noch kämpfen, weißt du. Und du machst und tust und bla. Dein Brüllstück. Oh, Moment. Ich bin gleich wieder da. Sekundäre Waffe. Okay, der Mehrfrau. Was haben wir hier so? Du bewegst dich schneller beim Zielen. Die Geschwindigkeit beim... Ja, ist auch kacke. Der Waffenschaden gegen Gegner unter dir erhöht sich. Der Waffenschaden bei Gegnern. Die Niedrig... Oh ja, das können wir gerne machen. Dann haben wir hier... Oh. Scheiße. Kacke. Aber warte mal. Du hast traden die hier. Ne, alles kacke. Alles, alles und nicht doppelt. Alter. So. Die 15. Die 15. Müssen wir uns merken. 15, 15. Handschriftliche Nachricht. Alle Lieferungen sind an der Hintertür abzugeben. Na dann. Ich bin ja an der Hintertür. Äh, süße 15. Als ich vom Markt heimgekommen bin, war Papa weg. Die Soldatos haben auch Mama mitgenommen. Keine Ahnung warum. Tja, äh, Tia Kata sagt, dass wir meine Queen's YouTube trotzdem feiern können. Äh, weil sie sich so viel Mühe bei der Vorbereitung gemacht haben. Aber ich will nicht mehr. Soll das Zeug doch in dem Lagerhaus verfaulen. Jemand anderes kann meine Geburtstagsgeschenke haben. Ich gehe lieber meine Eltern suchen. Oh, die ab. So, alles klar. Das heißt, hier geben wir alles ab. Wie ist das hier oder was? Was ist das denn? Eine 15? Nochmal eine 15? Auf dem Bild ist nix. Okay. Wir haben mal einen Pult. Noch einen Brief. Heruntergefallener Brief. Hä, stimmt doch gar nicht. Das Ding braucht noch Strom. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Schalter. Äh, Mi Corazon. Es hat 1000 Pesos Schmiergeld gekostet, um dieses Lagerhaus für Miya Skoller zu bekommen. Also sollten wir etwas ganz Besonderes draus machen. Natürlich wird es Musik geben. Aber wir wollen auch die Rauch- und Seifenblasenmaschine und die Bodenbeleuchtung anwerfen. Und die, äh, was? Bühnenbeleuchtung. Wir dürfen auf keinen Fall die Bühnenbeleuchtung vergessen. Stellt ihr nur das, äh, stellt ihr das nur vor. Alle Lichter hier drinnen und auf unsere Miya gerichtet. Das wird ein toller Tag für sie. Auf jeden Fall. Ich stelle mir das auch gut vor. Hau mal. Yeah. Yeah. Miya. Willkommen auf deinem Geburtstag. Ohne Eltern. Ohne dich selber. Scheiß Schicksal hast du erlitten. Wir feiern ihn jetzt in Gedenken an dich. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Ob das nicht geht? Was ist eine Kacke hier? Mein Charakter ist zu groß, der kann ich nicht drunter kriechen. Hast du das jetzt schon aktiviert hier, ja, ne? Ja, aber da war noch eine Leiter. Ja, ja. Da war noch Loot. Uh, Männer im Nippel. Oh, mein Gott. Egal. Oh, hier ist noch. Hab den. Jetzt haben wir zwei, ne? Oder hast du auch noch einen? Nee. Sorry. Ich pack ihn dir fest. Er muss aber auch hier sein. Oder das Pferd. Das ist das Pferd, ist der letzte Stromanschluss. Nee, vielleicht ist hier ein Stromanschluss. Aber kommt da nicht rein? Ah, glaub ich nicht, glaub ich nicht. Geh mal hier noch ein bisschen weiter. Nee. Nee. Da ist er doch. Wir müssen da rein. Kann doch hier drüber klettern irgendwie. Ich hätte zwar gedacht, das geht nicht. Warte, Granaten wahrscheinlich. Warte mal. Alle, dude. Alle, dude. Scheiße. Wie kommen wir da rein, Alter? Wie kommen wir da rein? Wer ist da? Ich höre Schüsse. Mann. Hä, hier geht's doch ganz normal lang. Hier ist ein ganz offizieller Weg. Ganz offizieller Weg, der da hinführt. Wir probieren uns da durchzupacken einfach. So, die Party kann beginnt. Ja. Ariente. Hey, ist da noch ein Stromschalber. Komme. Ich hab'n Einhorn. Was? Wollen wir es ja lösen? Nein. Aber es ist ein Einhorn. Das wurde gequält. Fünf Monettas. Komm mal Tor auf. Hä, war das der Schatz, das Einhorn? Na los. Weiß ich nicht. Ich hab's nicht bekommen. Doch, jetzt hab ich's bekommen. Echt? Ja. Ganz ruhig. Das hast du für mich entdeckt. Oh. Los. Ich hab's immer noch nicht bekommen. Und der spricht auch. Echt, ist sie gut, ja? Guck mal nach unter deinen Pads. Ich denke, wir kriegen beides gemeinsam immer. Warte mal. Wie sieht man das denn unter Fahrzeuge? Nee. Eigentlich bei Fahrzeuge, ähm, wenn du da kannst. Nee, bei der Pferdestation kann man das ja nachgucken. Ach so, hier sieht man das dann. Hab'n hier grad eine Pferdestation? Ah, hier ist eine. Oh ja, da ist es. Ja. Wir haben ein Einhorn. Ich hab'n Zebra. Ich weiß nicht, ob man das will, aber... Ja, da ist es schon stahlisch, ob ich. Oh! Ruhig, ganz ruhig. Komm, mein Zebra. Wie denn da? Oh! So, was? Zebra? Oha! Ja, cool. Sieht schön aus. Sieht aber nur angemalt. Ja, das Einhorn ist auch nur verkleidet. Nein. Was? Das ist das Nächte. Ist denn jetzt hier der nächste Schatz? Aber ich müsste mal auf Toilette. So, du müsstest auf Toilette? Ich hab' aber nur noch einen Schatz. Ach so, nee, du meintest ja, es ist der letzte Schatz, ne? Echt? Ach so. Meintest du gerade wegen Zeit? Ach so, nee, es ist auch so der letzte, seh' ich gerade. Ich hab' keinen anderen aufgedeckt. Okay. Oh, nein. Dann muss ich ja jetzt New World spielen. Ja, muss. Ah, ja, cool. War auf jeden Fall spaßig. Oder wollen wir noch so eine Mission machen? Ich bin jetzt raus. Alles klar, ich auch. Ich bin jetzt raus. Ich bin jetzt raus.